hallo ihr lieben zu final fantasy 16 heute geht es an ein schwarzes omen dazu muss ich erstmal eine schnellreise machen wollte nicht vorher schon machen falls gleich ein video anfängt dann halt auch immer ein bisschen doof geht zu marthas rast ein bisschen aufgewühlt was machst du denn hier otto war besorgt er meinte ihr braucht vielleicht hilfe zurecht wie es scheint das kann man wohl sagen die soldaten sind hier regelrecht eingefallen fast niemand blieb verschont martha hat anscheinend versucht zu schlichten aber dann wurde sie kurzerhand in ketten gelegt und abgeführt war es die gute morgen die spuren führen richtung trauerbucht zum kloster wo marthas träger versteckt sind diese misstkerle wir nehmen die verfolgung auf kümmert ihr euch um die leute hier alles klar da ist noch was einer der männer sagte mir dass die soldaten eine säuberung erwähnen mehr weiß ich auch nicht aber es klingt nicht gut seid vorsichtig ja 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 auch meine säuberung die wollen bestimmt nur klinken putzen dunkle wolken hat recht das war keine kneipenschlägerei als kleine unterquist aber eine säuberung träger sind kaiserliches eigentum die garnison allein wäre dazu nicht befugt also sind die befehle von weiter oben gekommen da ist es schon die trauerbucht naja ja 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 Ich muss mir mal angewöhnen das Tier mit R1 zu markieren. Da kann ich nicht durch, ist klar. Da mag ich schon kaltes Wasser. Sie, da vorne. Martha. Bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Ihr müsst schnell zum Kloster. Dort sind alle in Gefahr. Erzähl uns, was passiert ist. Es war schrecklich. Diese verdammten Schwarzschilde sind eingefallen. Die Schwarzschilde? Die Bastarde haben entdeckt, was der Abt und ich dort machen. Sie wollten uns schon hängen. Da haben sich die Träger aus ihren Betten gequält. Die Armen stürzten sich auf die Kaiserlichen. Und im Chaos habe ich es irgendwie geschafft zu flüchten. Dann können wir vielleicht noch was tun. Martha, schaffst du es allein zurück zur Rast? Cole und die anderen Fluchbrecher sind dort. Ich denke ja. Ich danke dir, Clive. Ich wüsste schon mal irgendwie noch gerne, was es mit den Fluchbrechern genau auf sich hat. Schwarzschilde. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Und wir beide haben so ein bisschen... Ich habe Rosaria immer nur einen Schildorden gegeben. Und der hat alle Bürger verteidigt. Es ist wirklich grotesk. Selbst für seinen Breck. Das ist wirklich grotesk. Und ich mit den noch? Vorsicht selber. Nein. Ja. 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 Jetzt bin ich gespannt. Sind wir zu spät? Vielleicht ist drin noch jemand. Was ein Gemetzel. Nein. Verdammt. Ich dachte ihr wärt alles schon verbraucht. Oh, Mörder. Ihretwegen haben die Träger sich... Halt! Die gehören nicht dazu. Diese Wirtshure muss sie geschickt haben. Na, 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 na. Sich für Feinden des Kaiserreichs zu verschwören ist ein schweres Verbrechen. Und Verbrecher gehören bestraft. So will es das Gesetz. Ja, gut. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf das die Sonne neu erstrahlt. Und du... Und du... Hast du keine Ehre? Gleich. Das haben wir gleich. Ich... 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 Sie gehören dir! Sie gehören dir! Angriff! ich hab' den Tartag! Hier drüben! Angriff! Sehr! Das ist auch immer! waren das jetzt alle? ich denke schon Auftrag abgeschlossen, dunkle Wolken, der Hauch des Windes, Kreinschurm der Abt war nicht dabei, vielleicht hat er überlebt schrecklich der Abt die Träger wollten ihn beschützen der letzte Zug Aether hat ihnen allen den Tod gebracht Clive, nicht allen wir sind Freunde von Martha, wir wollen helfen sind die Bastarde tot? ja, jeder einzelne leider nur die hier bald schicken sie neue das Töten geht weiter Rosaria wird untergehen wenn wir nicht handeln findet Sid er muss uns helfen und bitte dank Martha von uns ich es werde ich Sid wo bist du? Sid hier drin hier ist ein überlebender Clive er ist tot wir haben den Abt bestattet aber die Träger so ein Ende hat niemand verdient nein das stimmt doch es war ihre Wahl sie wussten welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt um für ihre Beschützer zu kämpfen Martha ist die Flucht nur gelungen weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben die Überreste der Träger wir sollten sie dem Meer übergeben hier gibt es eine Zugbrücke Redox Sprung die Strömung dort ist stark der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen ich schicke einen unserer ich gehe in Ordnung Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern so neuer Auftrag der Lösung so schnell konnte ich jetzt gar nicht klicken gut hat er auch normal nicht gemacht dann gehen wir mal hin oh hier ist eine Kiste oh hier ist eine Kiste so wie komme ich denn da hin so wie komme ich denn da hin oh Gott ganz da rum na gut was bist du denn für ein Fluttervieh was bist du denn für ein Fluttervieh das ist ja lustig Ariman Rang in Wohnung 6000 das hatte ich ja so auch noch nie krass berüchtigte Gefahren ab und zu wird live auf Kreaturen treffen die an Stärke und Gefährlichkeit fast allen anderen übertreffen er muss sich solchen Kämpfen nicht stellen und kann jederzeit aus ihnen fliehen doch diese berüchtigte Gefahren zu erledigen bringt nicht nur Ruhm ein sondern auch seltene Materialien mit denen Ausrüstung hergestellt oder verbessert werden kann ok nein 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 sie wir wir oh und oh ww 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 Los, Togal! Togal, fass! Togal, fass! Togal, fass! Togal, fass! Togal, fass! Togal, fass! Boah! Der macht ordentlich Bums, würde ich sagen. Togal, fass! Es ist jetzt nicht gedacht, dass ich so weit laufen muss. Was brauchst du? Also so viel hat ja nicht mehr gefehlt. Ich glaube, ich versuche noch einmal. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht mehr gefehlt. Ich glaube, es ist nicht mehr gefehlt. Ich glaube, es ist nicht mehr gefehlt. Na komm einmal muss ich nur versuchen. Sie oder wir. Ich glaube, es ist nicht mehr gefehlt. Ich glaube, es ist nicht mehr gefehlt. Es ist nicht mehr gefehlt. Ich glaube, es ist nicht mehr gefehlt. 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 Danke, dass ihr gekommen seid. Ich komme irgendwann später nochmal. Der hat mich ja jetzt eigentlich nur angerustet. Okay, also warum ich jetzt da so schnell platt war, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da rauskomme. Wahrscheinlich einfach nur abhauen. Okay, mal gucken, wie ich um den rumkomme. Aber ich vergesse die nicht, Kumpel. Das muss die Brücke sein. Was gibt es da hinten? Und da jetzt hinten. Mögen die Wellen euch eure Last nehmen. Und in die Ferne tragen. Und nun sind sie endlich frei. Ich hoffe es. Die steht zum Kloster. Alles erledigt. Die Leichen wurden verbrannt. Gehen wir zurück. Cole macht sich Sorgen um Martha. Alles klar. Okay, dann kann ich da jetzt bestimmt die Schnellreise benutzen, oder? Ah, der ist auf der Karte zu sehen. Das ist schon mal gut. Am besten bleiben wir erstmal hier. Sie sind alle tot, oder? Leider. Mit letzter Kraft hat einer von ihnen dir für alles gedankt. Es war nicht genug. Ich hätte sie besser beschützen sollen. Cole hat mir auch den Rest erzählt. Ich danke dir. Es ist meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen. Wieso? Wer hätte das geahnt? Ich schon. Aber ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen, ich törichte Frau. Die Gerüchte fingen vor Monaten an. Von dunklen Gestalten in Rüstungen, die nachts in die Dörfer kämen und schlafenden Trägern die Kehlen aufschlitzten. Aber ich dachte, diese Schauergeschichten hätten die Kaiserlichen in die Welt gesetzt. Denn wer hilft schon Trägern, wenn er Angst vor dunklen Rittern hat, die Verräter gleich mit umbringen. Es klingt ja auch vollkommen absurd. Wie diese Schwarzschilde vorgehen. Ist skrupellos. Allerdings frage ich mich. Wozu all das? Meine Mutter steckt ganz klar dahinter. Nur verstehe ich nicht, was sie bezwecken will. Was auch immer im Kopf dieser Frau vor sich geht, kann und will ich gar nicht wissen. Allerdings brauche ich starke Kämpfer, die uns Schutz bieten können. Je mehr, desto besser. Wenn diese Schwarzschilde glauben, ich sehe tatenlos zu, wie sie alle einschüchtern, dann irren sie sich gewaltig. Ach, ehe ich's vergesse, ein Stolas von Otto ist kurz vor euch angekommen. Ich soll euch ausrichten, dass Gerv zurück ist. Dann gehen wir besser. Du kommst zurecht, Martha? Wir können noch ein wenig bleiben. Nicht nötig. Das nächste Mal bin ich für die Mistkerle bereit. Wobei ich sicher nicht Nein sage, wenn ihr mir zwei dieser jungen Fluchbrecher für eine Weile überlasst. So, was ist denn die Stola? Also, die soll einfach nur zurückkehren. Das kriegen wir hin. Oh, was ist denn das hier für ein Symbol? Das sagt mir nichts. Wo ist das auf den... Ich glaube, das weist auf das Vielen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wo ist Gerv? Hallo, Gerv. Ah, Clive! Hab ich dein Lächeln vermisst! Was hast du erfahren? Wie, nicht mal ein nettes Wörtchen für deinen Gerv? Mittlerweile solltest du ihn kennen. Raue Schale, weicher Kern! Nun setz dich, du Esel! Also, das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung Sanbrek den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Niemand wird uns kommen sehen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Ui, ui. Vier Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif hier im Kristalldominium. Der Großteil der Dalmekischen Armee wird schon nach Dichasia marschiert sein. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor. Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten fünf Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne Fallen stellt. An einem Ort jedoch wird uns absolut niemand erwarten. Drachenhauch. Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Porti-Solde, der uns helfen könnte. Und was wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der sieben hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den zig Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Schafsinn verhalf ihn zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Ach, klingt nach einem Plan. Worauf warten wir dann noch? Na? Hä? Ich gebe es schon immer noch. Der arme, einsame Mockri. Ottos Theke freigeschaltet. Hab mir schon sowas gedacht. Neue Einrichtungen. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Kunde aus den Landen. Zum stillen Stifter. Das Jagdbrett. Alle drei befinden sich in der Nähe von Otto in der Messe. In der Tat. Worauf warten wir? Reise nach Felsfalkenschrei. Wo sind das schon wieder? Das kann nicht. Das ist ein Versteck. Das kann nicht. Das kann nicht. So, wenn ich jetzt hier andere Sachen mal nochmal finden würde. Da unten ist hier ein Nebenquest. Da ist das Brett. Mal gucken. Wie süß. Verstehe. Du hast schon recht. Nektar der... ähm... Furchtlose. Die Menschen in Ballistair haben mehr als genug Sorgen. Die Fäule, der Krieg. Das letzte, das sie brauchen, sind wilde Bestien, die ihnen das ohnehin schon schwere Leben zur Hölle machen. Wenn die Fluchbrecher also keine Zeit haben, sich ihrer anzunehmen, dann werde ich es tun. Oder zumindest werde ich es versuchen. Sehr schön. Mal kurz einen Blick drauf werfen. Okay, den habe ich ja selber schon gesehen. Krasses Ding. Okay. Die werden ja alle noch fieser und stärker. Was haben wir hier? Hallo, Clive. Willkommen beim Stillen Stifter. Dem Stillen Stifter? Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledon seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten Namen. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist. Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Logisch. Deine Gönner sind sehr großzügig. Für das Abschließen von Nebenaufträgen erlangt Live Ruhm, was anonyme Gönner aus aller Welt dazu inspiriert, ihm Geld oder Gegenstände zur Unterstützung seiner Sache zukommen zu lassen. Okay. Stadtgespräch. Können wir brauchen. Kann ja nicht schaden. Ich fürchte, das habe ich noch nicht da. Wie glückt der draußen Zitt. Also je mehr Ruhm, umso besser. Was ist das? Die Kunde aus den Landen. Keine Aufträge verfügbar. Ein ritterlicher Vogel. Mach mal das Rast. Das könnte ich beim nächsten Mal machen. Hier kann ich direkt reisen. Beziehungsweise dann die Nebenquest hier noch. Ich kriege bestimmt bald etwas Neues rein. Die es hier gab. Bevor ich hier weiterreise. Und was weiß ich, wo lande. Möhn hat auch neue Post, wie es aussieht. Lieblingsschüler. Erlaube mir, dich aufzuklären. Oh. Bitte, nur zu. Sehr schön. Es werden immer mehr. Mal schauen, was da noch dazukommt. Bitte sehr. Deine heutige Lektion ist beendet. Okay, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich noch nach Falkenschrei reise. Aber ich denke mal nicht. Das wird zu lange. Ich freue mich auf die nächste Runde. Also hier die Nebenquest. Eventuell den Auftrag, der da noch ist. An die Special Monster treue ich mich, glaube ich, noch nicht ran. Die sind noch ein bisschen krass. Ich sage auf jeden Fall Danke an der Stelle. Ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.